ja servus liebe kinderautorer schön dass ihr heute wieder bei mir reinschaut im sommer wird gern gegrillt und ist auch mal zeit etwas anderes auszuprobieren und heute versuchen wir einen apulischen burger und bei einem burger da denken von ja man muss so ein fleischklops patty übrigens in der fachsprache genannt so ein fleischklops mindestens zehn zentimeter und mehr drauf sein und dann schmeckt das ganze erst richtig aber dem ist nicht so unser apulischer burger ist 100 prozent vegetarisch und es schmeckt wirklich genauso gut wie mit fleisch ich esse einmal wieder mal fleisch aber wie gesagt das ist mal ganz anderes rezept das wir heute machen denn statt einem patty also so ein fleischklops aus rindfleisch oder was das ist nehmen wir polenta her polenta wird gern in italien gegessen in südtirol in kärnten in der provence das ist ein mais gris da tun wir dann käse mit rein und klein geschnittene oliven in kärnten natürlich zuvor es wird etwas saug beim reißen und getrocknete tomaten und was man sonst noch alles brauchen wie diesen leckeren apulischen burger zeige ich euch gleich wir brauchen noch tomaten dann brauchen wir noch gurken dazu und was ich in meinem fall auch hergenommen habe das könnt ihr selber machen oder kaufen das sind vollkornbrötchen also es muss nicht immer dieses weiße nicht schmeckende schwammige teile sondern es geht auch mit vollkorn ganz gut schmeckt deutlich besser und ist auch gesünder zwiebeln braucht es auch noch dazu ja und soßen oder pesto je nach gusto so wie es euch schmeckt das entscheidet ihr am besten selber das sind die zutaten die ihr dazu braucht und wie das ganze jetzt verstanden geht das zeige ich euch gleich aber da kommt es am besten mit mir in die küche auf geht's wir schneiden die getrockneten tomaten klein und hier seht ihr euch schon mal angefangen auch die entschneinten und liefen klein zu schneiden das ganze müssen wir jetzt gleich in die polenta was jetzt kommt gefällt den kindern wir vermischen die polenta mit den getrockneten tomaten und den geschnittenen oliven wir formen jetzt runde patties daraus und die werden wir dann in der pfanne anbraten wir braten jetzt die vegetarischen patties mit polenta in der pfanne raus wir bauen jetzt unseren burger fertig unseren burger venezia natürlich kommen da dünn geschnittene tomaten drauf unser vegetarischer päddy zwiebeln obendrauf natürlich was mir viel nervt sind die kurkenscheiben die hätte jetzt beide vergessen oben noch die kurkenscheiben drauf und fertig ist unser burger ob jetzt so sehr oder pesto oder was ich was hernimmt das entscheidet ihr aber fertig ist unser burger unser italienischer burger apulia lasst es euch schmecken bon appetit ja liebe kinder autor ihr seht unser leckerer apulischer burger unser vegetarischer ist fertig ihr könnt den belegen wie ihr wollt im endeffekt auch wichtig ist eben diese polenta mit dem mit dem gemisch und saucen könnt ihr drauf machen wie es ihr wollt wie es euch schmeckt damit könnt ihr auf jeden fall die kinder überraschen es muss nicht immer rindfleisch sei als patty das haben wir auf jeden fall damit bewiesen in diesem sinne wenn ihr weitere kochrezepte haben wollt schaut sehen auf kinderautor.de viele bastelideen hüttentouren wandervorschläge kanutouren basteleien schnitzereien für kinder findet ihr dort rund um die uhr ihr dürft uns gerne liken und gerne unseren youtube kanal abonnieren schauts wieder rein für den servus euer uli bis zum nächsten mal